Das erste Mal bei uns der Defeater Startplatz in unserem Finale beim Multitalent und vielleicht deiner Eintrittskarte im nächsten Jahr 2020 in unserer große Abendshow. Jetzt sehen wir Recall und Jessica Bergmann Nummer 4 im Finale für das Multitalent 2019. Auch euch viel Glück. Ihr schafft das! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020